Die Sendung wurde live untertitelt. Heute nicht. Sind Sie sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja, alles okay. Der Huhn schafft das schon. Das Huhn. Man nennt mich Jared. Freunde nennen mich Shade. Freunde wie Zed. Sie kennen Zed? Ich hörte eher an seine Freunde veranstalten hier rennen. Hatte ich vielleicht doch recht. Vielleicht sind Sie doch ein Kopf. Ich bin nur jemand, der sich langweilt und was dagegen tun will. Oh, übrigens, gut gefahren. Ich bin nicht gerade eine Polizeieskorte, aber ich hab noch einen Platz frei.